So, da bin ich wieder. So, dann machen wir mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Da muss ich von innen. Ups, dann machen wir erst mal das Deckchen. Die habe ich aber komplett, ne? Die soll ja nicht. Die soll ja nicht. Siehst du, hier ist auch ein bisschen Holz. Es ist also nicht nur weißer Beton. Den könnte man ja auch anmalen. Dass der nicht nur so weiß wäre, ne? Dankeschön. Dankeschön. So, bling, bling, bling. Hier kann man natürlich auch farbenfrohere Blumen reinmachen, ne? Also nur so vier Büsche. So, er ist auch anz香rera. Okay. So, hier ist noch ein Zaun. Das Haus haben wir doch schon mal geputzt hier. Das Haus kenne ich doch. Das war noch ein Level. Da haben sie das hier aber noch nicht hingebaut gehabt. Das ist ein Neubau. Hat er ja auch gesagt. Müsste man mal direkt in den Level zurückkehren und gucken, was da stand hier. Das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht, dass das hier von innen dreckig ist. Da stand auch, glaubst du, ein Auto vor, das du waschen musst oder so. Ja, irgendwo war ein Haus und dann stand da ein Oldtimer oder so. Und irgendwo stand dann auch ein Wohnwagen. Genau wie der Rummelplatz. Da waren ja dann auch die ganzen Sachen. Aber Autos und so stehen hier nicht mehr. Das mussten wir nicht putzen. Ja, ich glaube, hier in der Einfahrt stand dann ein Auto später. Ein späterer Level. So, dann machen wir hier diese Räume. Wo ist denn das Ding geblieben? Da haben wir mal nachher die Verlängerung. Wird doch mal schön, wenn man mal so reingucken könnte. Also das wäre mir hier zu groß, das Fenster. Also so Fenster von oben bis das nicht. Was ist das? Das Fenster rum. Okay. Aber Chris, diese Putzgames sind mir zu hart. Ich spiele zwar auch so Entspannungsgames wie Farm Together oder sowas, aber auch sowas wie Valheim. Und das sind Spiele, die ich gar nicht mag. Valheim, Smallland oder Entschrouded und was jetzt alles. Die Spiele mag ich nicht. Die Weiß ich nicht. Locken mich nicht hinterm Ofen vor. Asuka, Soulmask und ja, genau. Obwohl die auch alle mit Bauen und so weiter sind, was ich ja gerne mache, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen, was das genau ist an diesen Spielen, was ich nicht mag. Die spiele ich nur nicht, weil mein PC die nicht packt. Oder Ark oder so, ne? Das hat mich alles nicht... Oder was war das noch hier, dieses... Wie hieß das? Fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Genau wie ich, äh... Ich wollte ja eigentlich auch den Center Station Simulator, ne? Das ist diesen Supermarkt Simulator, wo du da alles selber anbaust und so. Den wollte ich ja eigentlich auch mal weitermachen. Ähm, der hat da jetzt ein paar Updates und so gebracht, da... Aber das wird mir langsam, äh... Das wird mir langsam zu viel und zu kompliziert, muss ich echt sagen. Das ist dann schon wieder zu umfangreich. Ich weiß nicht. Ich bin da echt am Hadern, ob ich da weitermache. Weil ich hab da für mich auch noch nicht weitergeguckt. Weil man müsste dann auch total umbauen und alles. Hm. Also, ein Spiel mit absolutem Suchtfaktor hat also auch wirklich mega Spaß gemacht. Ich hab's dann aber nicht mehr weitergemacht, ne? Und nachdem ich jetzt sehe, was da alles dazugekommen ist... Boah. Ich weiß noch nicht. Da bin ich mir noch nicht einig. Ich hab circa zehn Jahre World of Warcraft gezockt. Aber meine Finger machen oft nicht mehr, was sie wollen... sollen. Also, was ich lange gespielt hab, war Wizard 101, wenn das einer kennt. Das gibt's, glaube ich, auch heute noch, aber nicht mehr unter demselben Betreiber und so. Und davor hab ich... Und davor hab ich... Warum ist denn das hier noch nicht fertig? Muss ich da... Da gehört das bestimmt noch mit dazu. Und davor hab ich lange Marple Story gespielt. Das war auch... Das hat mir mega Spaß gemacht, aber dann auch irgendwann war das dann nicht mehr in Deutsch. Hat dann auch irgendwie sich verändert. Und dann wurde es ganz doof. Ein seltener Gast in diesen Rhein. Ich seh dich auch immer, dass du on bist und so, aber du spielst für mich momentan irgendwie Sachen... Ich muss mir mal, glaube ich, wieder Punkte sammeln und mir was wünschen. Dass du mal wieder was spielst, was ich auch gern gucken möchte. Manchmal lörg ich auch nur so rein und sag gar nicht Hallo. Weil ich dann eigentlich meine Ruhe haben will. Und mich nur mal so leicht berieseln will. Mir ist tierisch warm und ich schlafe schlecht, aber sonst alles gut. Dass euch allen so warm ist. So warm ist es doch gar nicht. Und schon gar nicht heute. Ja, darfst dir gerne was wünschen. Ja, ich hab ja keine Punkte, Mon, aber darf ich... Aber wenn ich mir trotzdem was wünschen kann, kann ich mir ja mal was auf Discord... Kann ich dir ja mal per Discord schreiben. Aber die letzten Spiele, die du gespielt hast, hab ich mal kurz reingeguckt und hab gedacht... Nee. Das will ich nicht gucken. Und bin wieder weggegangen. Lalalalalalalala. Weiß gar nicht... Habe ich gar nicht verfolgt, weil ich heute so lange gepennt habe. Weil ich gestern bis, äh, bis nachts um zwei hab ich gezockt. Ähm... Weiß gar nicht, ob du heute Morgen on warst. Den einen Tag warst du on, da hab ich gedacht, hä, Mon streamt heute? Das ist doch gar nicht sein Tag. Weiß gar nicht mal, wann das war. Oder du hast irgendwie abends gestreamt, obwohl du sonst morgens streamst. Irgendwie war da was. Und mit mir spricht der Herr wohl nicht mehr, weil er nicht mehr, äh, zurückgrüßt. Ich hab bei dir gesehen, dass dieses Witch in the Woods jetzt auf Deutsch ist. Das ist nicht auf Deutsch. Äh, da haben mich schon mehrere angeschrieben, äh... Warum die das nicht auf Deutsch haben und warum es nicht auf der Xbox auf Deutsch ist und so. Das Spiel gibt es für den PC auch nicht auf Deutsch. Warte, ich erklär's gleich. Was hat es übrigens mit dem Namen General Schmutzfinder auf sich? Weiß ich nicht. Ich, äh, erkläre das im ersten Part und auch im, ähm, Text, äh, zu dem, äh, äh, bei den Parts. Äh, ich sollte dir sagen, dass ich nicht nur ein Tech-Entwickler bin, sondern auch ein Markenbotschafter. Na, von mir ist auch das. So, wenn der fertig ist mit Sappeln, erklär ich das. Ich geb dir fünf Minuten im Gedankenpalast auf Kosten des Hauses. Ich denk, du brauchst es. Aha, wenn du meinst. Du bist du fertig? Ich will dir was erklären. Ja, danke. Äh, und zwar, äh, gibt es da einen Fan, der... Ich weiß gar nicht, ob er selber auch streamt. Auf jeden Fall hat der auch einen YouTube-Kanal. Und der hat, äh, für dieses Spiel eine Übersetzung gemacht. Und die kannst du dir runterladen und musst das dann, äh, als Sprachpaket installieren. Und dann hast du das auf dem PC auf Deutsch. So, und ich hab das erklärt in meinem ersten Part. Wenn die Leute dann natürlich bei Part 5, äh, anfangen zu gucken und, äh, dann ist kein Wunder, dass sie fragen. Oder sich den Text unter dem Part nicht durchlesen, weil da hab ich den Link hingepackt, wo man sich die deutsche Übersetzung runterladen kann. Ja, ist es auch. Finde ich auch. Und ich muss auch sagen, ich hab bei ihm dann mal reingeguckt. Das ist ein ganz normaler, äh... Also, er ist wohl auch deutschsprachiger Herkunft, so wie er rüberkommt. Und trotzdem sind da manchmal so komische Übersetzungsfehler drin, Ausdrucksweisen und so. Ich weiß nicht, wie er das übersetzt hat, aber das hat automatisch übersetzen lassen. Oder er das wirklich selber gemacht hat, Zeile für Zeile, ich weiß es nicht. Und das neueste Update mit dem Fischen, das hat er auch nicht übersetzt. Das ist noch in Englisch im Spiel. Aber das macht nix. Das macht nix. Weil das auch nicht viel ist. Und das war irgendwie auch relativ gut zu verstehen. Aber ein ganzes Let's Play von so einem, wo du fast nur lesen musst in Englisch, weil ich wollte auch dieses eine Krimi-Spiel machen, das im Hotel spielt, wo du so ein Zimmermädchen bist. Da war die Demo in Englisch. Ich hab gedacht, okay, das ist jetzt rausgekommen. Ich warte mal, wenn es rauskommt, ob es in Deutsch ist. Ist es nicht. Und deswegen spiele ich das nicht. Weil ich kann kein Krimi in Englisch spielen, weil dann weiß ich überhaupt nicht, worum es geht. Das geht absolut nicht. Muss ja automatisch gewesen sein, wenn da komische Fehler drin sind. Oder er kann nicht so gut Deutsch. Nee, also das ist ja das, was ich meinte. Es scheint ein ganz normaler Deutscher zu sein wie du und ich. Und von daher wundere ich mich dann über diese Fehler. Aber dann wird das irgendwie automatisch gemacht haben. Denke ich mal, ich hab von so einem Kram ja keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass sich überhaupt irgendeiner die Mühe gemacht hat, weil es ist echt ein süßes Spiel. So, das nur dann von oben machen. So, dann haben wir hier gleich die Riesenfläche. Das ist die Verkleidung des Meeres eigentlich. Ja, da muss ich wahrscheinlich... Ja, alles klar. Das hier nicht. Der hat ja auch für Sunheaven, hat er ja auch eine Übersetzung gemacht. Das Spiel habe ich auch. Aber ich glaube, Sunheaven gibt es mittlerweile schon regulär in Deutsch. Also das werde ich auch irgendwann nochmal machen. Ich habe hier und da mal reingeschaut, soweit es ging. Und richtige Fehler sind es ja eher nicht nur so... Nur schon mal urige Wortübersetzungen. Ja, manchmal ist gar nichts. Und einmal habe ich so etwas ganz komisches gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, was das ist. Ich lese dort Powerwash Simulator PS5. Du spielst aber auf PC. Ja, aber... Das kannst du nicht mehr auswählen. Du kannst nur noch Powerwash Simulator PS5 auswählen als Game bei YouTube. Das ist auch bei meinem Let's Play so. Früher war das nur Powerwash Simulator. Und jetzt steht auch bei meinem Let's Play, was ich ja ganz früher angefangen habe, steht da auch automatisch schon PS5 hinter. Es gibt keine andere Spielauswahl mehr. Warum auch immer. Warum die da jetzt PS5 hintergeschrieben haben, ich habe keine Ahnung. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen. Ich wollte das auswählen. Da bin ich so, hä? Ich habe aber keine PS5. Ja, keine Ahnung. Ja, das finde ich auch doof. Aber es ist ja das gleiche Spiel. Und auf welchem System ich das dann spiele, zumindest bei dem Spiel, ist ja dann eigentlich egal. So, bei Seven Days to Die und House Flipper und so wäre es jetzt nicht egal, aber der Heinz hat das jetzt auf der PS5 gestreamt, diese Woche. Und da war das identisch. Du hast das ja auch mal gespielt, aber im Stream-Mode, ne? Aber das war über den Dinosaurier, bist du nicht hinweggekommen, glaube ich, über den Spielplatz. Da, 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 da. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war so ein Sonderstream. Ich weiß gar nicht mehr. Neujahr oder so? Nee, das war nicht Neujahr. Das war irgendwann mitten im Jahr. Du wolltest, glaube ich, mal irgendwas. Da habe ich mich noch gewundert. Und da hast du gesagt, du wolltest mal irgendwie was cozy machen. Keine Ahnung. Weil irgendwie hätte ich gedacht, das Spiel passt doch gar nicht zum Mond. Da, 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 da. Ups, bling. So habe ich jetzt untenrum soweit alles. Dann würde ich nämlich erstmal raufkraxeln. Ja, das kann sein, ja. Ja, ne, untenrum habe ich jetzt erstmal alles. Ja, das kann sein.